Ah! In die Zeche! Das stinkt! Spass! Guten Morgen Leute! Heute ist morgen äh, der zweite Tag meinte ich und ich musste jetzt schon losgehen und ja ich konnte nicht am Morgen ganz Hallo sagen, aber ja es ist 8 Uhr oder so und ja, ähm heute gehen wir eben auf den Vickyberg und ich gehe jetzt los Hä? Wieso lach schmerzt du? Hallo 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 Wir sind wieder zuhause Und ich bin gerade das Video am schneiden Es ist nicht laut, wenn ich da kratze Ich weiß, ich habe heute nicht wirklich viel aufgenommen, aber irgendwie konnte man da auch nicht wirklich viel aufnehmen Und Und Jo Ich werde jetzt noch weiter das Video schneiden Und mal schauen, was ich heute Abend noch so machen werde Vielleicht Was ist das? Vielleicht brauche ich da auch irgendwas spannendes, aber ich denke nicht Und Ja, es war ziemlich ziemlich kalt da oben, deshalb habe ich auch nicht so viel aufgenommen Es war einfach viel zu kalt, um immer das Handy rauszunehmen und zu filmen Und wirklich etwas Spannendes gab es nicht Also zum Aufnehmen, aber dort war es schon cool Und Ja, wir waren heute in Luzern auf dem Rigi Berg Wir sind zum Schiff gefahren und dann später sind wir eher irgendwo in Luzern ausgeschrieben und dann in die Stadt gelaufen Also mit dem Schiff Und morgen gehen wir in die Rheinschlucht, glaube ich Morgen kann ich etwas länger schlafen Ja So Leute Es ist wieder bald 10 Uhr Und Ich gehe Glaub bald schlafen Vielleicht habe ich auch nicht Kommt drauf an mit dem ich schreibe Jedenfalls bin ich sehr wüde, mir tut wirklich alles weh Ich habe Bein weh, Rücken weh Alles tut mir weh Und Ich freu mich hier Schlafen können Schlafen gehen zu können Und Ja Ich hasse das Jedenfalls Ich habe übrigens die Kopfhörer immer an, weil ich hier ein Mikrofon habe Und ihr mich so besser verstehen könnt Und ich nicht so mega laut Zum Beispiel am Morgen Auch am Abend reden will Das macht man einfach nicht Und ja Ich wünsche euch eine gute Nacht Und wir Sehen uns morgen wieder Ja Aua Mein Käfer hat geknackst Bis morgen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü spectrum Vielen Dank.